Eeeer, moin sehen Sie zusammen und herzlich willkommen zurück im nächsten Part von unserer Iron Man Challenge. Ja, ne, Leute, ich habe Urlaub, deswegen muss ich jetzt ein bisschen vorproduzieren, ne. Äh, ich werde heute zwei Folgen aufnehmen und vielleicht, wenn es noch geht, morgen nochmal zwei Folgen. Äh, damit wir, äh, ja, ein bisschen besser gewappnet sind, ne. Ein bisschen besser gewappnet für die nächsten Wochen. Äh, von daher, äh, nehme ich am Stück auf, ich weiß noch nicht, ob ich das so hinkriege, wie ich das möchte, ne. Äh, ob ich überhaupt, äh, genug, äh, zu erzählen habe, ne. Leute, es muss ja, muss ja alles geplant sein, ne. Nein, also ich gehe jetzt hier nicht ran und, äh, für jeden Part gucke ich mir, was ich erzählen kann, ne. Ich glaube, das habt ihr schon gemerkt, dass das passiert bei mir nicht, ne. So, ja, ja, so, toll. Die sind genauso, aber sehen die vielleicht besser aus? Ja, die sind schon mal groß, ne, aber wir, wir nehmen die kleinen, so, ne. Bisschen Beinfreiheit, ne, wunderschön. Schöne Sonnenbrise, ne, Sonnenbrise? Sommerbrise, ne, wollte ich sagen. Äh, ich möchte hier was verkaufen. Geht das denn noch? Also ich bereite mich jetzt hier nicht vor. Oh, Gottes Willen. Äh, das wäre zu viel des Guten, ne. Also dann, dann müsste ich ja noch richtig viel Zeit, äh, investieren und noch ein paar, äh, Ideen haben, was ich hier so erzähle. Also, das ist einfach der Grund, worüber ich mir aber Gedanken mache, immer, ne. So, oh, Gottes, oh, nein, äh, das müssen wir noch nutzen, das müssen wir noch anlegen hier. So, Kette weg, 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 alles weg. So, wunderschön, wunderschön. Ja, wir sind durch, ne. Wir sind durch, hier haben wir noch eine Quest gekriegt. Hier kommen wir ins nächste Gebiet. Das heißt, wir fliegen, wir fliegen einfach mal runter. Wie, wie sieht denn das hier aus? Und, ach, wir haben gar keine Anzeige, wie viele Quests wir hier machen können, hier oben. Na gut, Geisterlande. Ne, Geisterlande wollen wir noch nicht. Werden wir auch nicht, ne. Wir werden ja, das habe ich ja gesagt, wir werden auf jeden Fall nach Unterstadt gehen. In die Schule, nach Unterstadt. Und, ähm, dann Brille, dann weiterquesten, ne. Äh, ist ja auch Stufe 1 bis 20. Und da hoffe ich, dass wir frühzeitig Level 20 werden, sodass die Leute, dass die Gegner hier nicht neu skalieren, also nicht weiter hoch skalieren als 21 vielleicht oder so. Und, dass wir dann das ganze Gebiet hier klären können und dann schon mal ein bisschen länger durchhalten können, ne. Weil, äh, danach, ne, danach hier 1 bis 60. So, Punkt aus Ende. Dann haben wir Gegner, die bis zum Ende hin hoch skalieren. Ähm, und dann schon mal ein bisschen vorbereiteter, äh, reingehen. Oder ein bisschen besser skaliert, ne. Würde ich mal sagen. Ich meine, wir kriegen ja auch immer mehr, nicht Talente. Ne, das dürfen wir ja gar nicht. Lol. Ähm, wir kriegen ja nach 20 auch noch Lebenslinie. Die würde ich gerne haben, damit ich mein Pad heilen kann, hier nach dem leeren Wandler. Äh, auch von Kilrock. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Äh, in Chapter, die ist gebrechen, können wir auch noch pushen und so weiter, ne. Also unsere Sachen machen halt mehr Damage und so weiter und so fort. Und, wow, muss ich mich jetzt hier gegen Armeen von Untoten wappnen, oder was? Wir gucken mal, ne. Endquest, Leute, Endquest. Äh, die schwarze Schneise aus verbrannter Erde, welche sich durch den Immersangwald zieht, ist eine ständige Erinnerung an den dunklen Tag, als Arthas die Geißel in unsere geliebte Stadt führte. Ähm, dieser Schandfleck ist mehr als ein Makel. Selbst heute noch dringen über diese dunklen Fahrt, über diesen dunklen Fahrt Kreaturen aus den Geisterlangen bis nach Silbermund vor. Geht, Hexiron, und reicht meinen Männern eure helfende Hand, indem ihr die geistlosen Untoten tötet, welche in der Todesschneise umherstreifen. Tötet acht Zeuchenknochenprügler und kehrt zurück. Das machen wir. Das kriege ich hin, denke ich, denke ich, ne. Also, so, wie wir es in letzter Zeit sehr gut hinbekommen haben, würde ich mal so sagen. Ne. Ihr wisst ja, ne, wir haben ja jetzt hier Seelendieb, Seelendieb, und wir rocken einfach alles nieder, ne. Wir müssen einfach gar nichts mehr machen. Das ist so genial. Problem ist, ne, Problem ist, äh, wir werden es bald nicht mehr haben. Leute, wir haben es bald nicht mehr. Das bedeutet, wir haben keine 200% Heilung. Leute, scheiße, was ist ein WTF, Mann? Was soll das? Oh, wir haben keine Instabilis gebrechen. Oh, 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 oh. Aber die halten eh nichts durch. Äh, äh, aus. Nichts durch? Die zerbrechen ziemlich schnell durch, ne. Aber aushalten tun sie nichts. Oh, ein Keule. Oh, oh, oh. Können wir gar nicht anlegen. Lol. So. Kam eben mal kurz die Kopfstimme durch, ne. Junge, Junge, Junge. Ähm, ne, verändert sich ja alles zu BFA. Und, äh, von daher müssen wir mal gucken. Äh, ist ja nächste Woche schon, ne. Oder beziehungsweise in der Woche, wo ihr das jetzt seht, ne. Da kommt das schon raus. Also, wenigstens 8.0, ne. Also, der Pre-Patch. Und, äh, äh, ja, ich bin gespannt, ne, wie sich der Hexler dann spielen wird. Ich hab ihn nicht nur angetestet oder so weiter und so fort, ne. Ähm, wir werden uns da wahrscheinlich, äh, ein bisschen umstellen müssen. Auf jedes Sinn, Alter. Auf jeden Fall mit der Vorgehensweise, wie wir jetzt die, äh, Gegner kaputt machen. Deswegen, mal gucken, ob ich es in diesen vier Parts, die ich jetzt noch aufnehme, für nächste Woche, übernächste Woche, ähm, schaffe, auf Level 20 zu kommen. Und wenn nicht, dann sind wir in einem Beat, wo es nicht höher skaliert. Also, ne, ihr versteht, was ich meine. Hoffe ich. Oder soll ich zu Ende? Ich weiß nicht, ob ich meinen Gedanken zu Ende führen sollte. Nein, also, ich bin, ich bin, ja, weiß ich nicht. Ich hab Schiss. So. Ich hab Schiss, wie es sich verändern wird. Es ist einfach, es ist einfach genau, genau gleichwertig. Oh, noch kürzer. Leute. Junge, Junge. Bald hab ich gar nichts mehr an. Nee, dann, 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 dann möchte ich das hier schick haben, ne, damit es passt. So, dann sind wir durch. Ich glaub, jetzt haben wir es aber, ne. Kein, ja, alles gut. Alles gut. Und, äh, ja, Leute. Ähm, Schiss davor, äh, weil wir einfach diesen, diesen Self-Heal nicht mehr haben. Ich meine, wir kriegen Schattenblitz wieder, ne, heißt die Attacke so? Ich weiß es nicht. Ihr wisst doch, dass ich das nicht weiß. Mensch, haltet mir das doch nicht immer vor. Ähm, Schattenblitz. Und ich glaube, ich hab gelesen, dass sobald ich Dots drauf habe, umso mehr Dots ich drauf habe, oder nur Instabilis, also, auf jeden Fall, wenn ich mehr Dots habe und dann Schattenblitz kasse, dann macht der prozentual mehr Damage. Nö? Also, ich glaub, Prost, äh, hier, äh, Debuff, äh, 10% oder sowas. Ja, ich meine, das sind alles Vermutungen. Ich weiß es nicht. Ihr wisst da, bis, äh, definitiv mehr darüber. So. So, ihr, ihr, ihr seid's, ne. Und ich, ich, ja, ich hoffe mal, dass ihr da ein bisschen Plan von habt. Ähm. Ähm, ja, auf jeden Fall wird das schon spannend. Wird es spannend? Ja, auf jeden Fall, Leute. Ah, meine Fresse. In meine Stimme, es tut mir leid, wenn ich mal zwischendurch was trinken muss. Ich hab eben gerade die Hasen sauber gemacht, meine Hasen. Äh, Alter, es hat so gestaubt, Mensch. Ich hab's nicht mehr aus der Lunge gekriegt. Ich bin froh, dass es im Moment gerade ein bisschen besser geht, ne. Aber, das war's, ne. Alter, ey. Es ist schön sauber gemacht, ne. Wir kriegen, ich krieg ja morgen Gäste, ne. Morgen ist Freitag bei mir. Und, äh, ja, muss auch schön sein, ne. Und dann möchte ich auch den Imperator vorstellen, ne. Mein Hase heißt der Imperator. Ja. Hahaha. Überrannt, ne. Und, ähm. Von daher, das muss alles sauber sein. So. Ich meine, ich mach die ja sowieso regelmäßig sauber, aber da hab ich extra schick gemacht. So. Und das war so staubig. Also, äh, wie heißt denn diese, das Streu. So, ne. Das hat so gestaubt, Alter. Und ich hab natürlich den richtigen Gieb genommen. So. Ah. Schön die Lunge bestäuben. Alter, das war herrlich. Hahaha. Meine Fresse, Mann. So. Wisst ihr, wo ich hinlaufe? Ich hoffe, ich laufe richtig. Wenn ich mich nicht irre, dann sollte hier das Portal einer Unterstadt sein. So. Ihr Hübschen. Ich hoffe, das passt. Wehe nicht. Wehe nicht. Ansonsten sind wir hier umsonst hingelaufen, ne. Aber ihr wisst ja, ihr habt das doch schon alles erraten, was ich hier mache, ne. Junge, Junge, Junge. Ihr seid so gut. Ihr seid so gut. Oh, guck mal hier. Alter. Leute. Geil. Uh. Das habt ihr aber nicht für mich gemacht, ne. Und jetzt dreht ihr euch um wie in einer Hexenmeisterklassenhalle und salutiert. Ne, ne. Habt ihr keinen Bock drauf, ne. Ich bin halt noch kein Champion. So. Wo muss ich hin? Irgendwo hier war das. Das weiß ich. Ich glaub, meine Freundin schreit im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört's nicht. Äh. Also nicht auf mich, ne. Sie ist nicht böse auf mich. Ne. Ich hab hier ja... Schreit geben. So. Wo muss ich denn jetzt hin, Mann? Da. Da ist es. Das ist das Ding. Ich möchte hier gerne bitte weg. Guck mal hier. Die möchte das auch, ne. Die möchte das auch. So. Transfer. Schön. Schön, Leute. Schön, 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 schön. Richtig gut. Ähm. Ja, ich hab keine Ahnung, wie man das Gebiet hier startet. Wo geht denn das hier los? Ein Todesend, ne. Hier geht es los. Und schlägt sich dann hier durch. Ich glaube, da müssen wir hier anfangen, oder? Dann laufen wir da hin heute. Heute ist... Äh. Ja. Wir müssen wandern, ne. Ihr wisst wieder... Ja. Irgendwie sind die letzten Bars nur abandern. Shit. Also wir nehmen erstmal den Flugpunkt hier ein und latschen dann darüber. So. Würde ich mal so behaupten, dass das... Ich glaub, das ist ein Plan. Ich glaub, das ist ein Plan. Ha. Wird halt ein ruhiger Tag heute, ne. Leute. Was soll man sagen, ne. Was soll man sagen. Außerdem... Außer, was ich noch sagen muss, ist... Ich muss euch erstmal fettes, fettes Dankeschön aussprechen. Alle. An alle, die ihr hier seid. Ähm. In den letzten Streams. Das lief so cool mit euch. Ohne Witz, Alter. Äh. Wir waren sogar beim letzten Stream, den ich spontan an dem Mittwoch gemacht habe. Ähm. 34 Leute. Dauerhaft. Also, der gute Craft hat natürlich reingehostet. Muss ich auch... Mega dank an dich, Digga. Ne. Aber nichtdestotrotz sind die... Sind die Leute ja geblieben, ne. Ha. Voll cool, Mann. War schon Hype, Alter. Bei mir so. Ging schon die Pumpe, so, ne. Wenn dann auch noch die Leute da bleiben und so weiter und so fort, ne. Junge, Junge, Junge. Also deswegen dickes, fettes Lob an euch alle. Ähm. Bei den letzten Streams allgemein, ne. Ihr schreibt so schön. Das läuft. Allee. Da kann man auch vernünftig miteinander reden und so. Also, ihr wisst schon, was ich meine, ne. Ihr schreibt was. Wir können über ein Thema sprechen und so weiter und so fort. Da sind wir im Flow. Würde ich mal so behaupten, ne. Im Moment. Bei uns. Bei meinen Streams, ne. Wenn ihr dabei seid. Und wir haben jetzt auch Mucke, ne. Äh. Ich hab jetzt endlich mal ein bisschen Mucke eingeplant, so. Aber nur für den Hintergrund, ne. Weil, ähm. Ich kann das ja nicht ab, wenn ich zocke und Musik läuft. So, und dann weiß ich aber, deswegen läuft erstmal meine Mucke zwar, aber ich höre sie nicht. Ich würde da komplett abspacken, wenn meine Mucke läuft, ne. Da kann ich einfach nicht sitzen bleiben. Das ist so geile Mucke, da kann man einfach nicht sitzen bleiben. Und, ähm, Song-Request machen wir deswegen auch nicht. Weil ich würde dann, wenn, wenn ich was zeige, genauso wie beim Spielen oder sowas, ne. Dann bin ich davon überzeugt. Oh ne, warte, wir nehmen die Quests auch nicht an. Nein, 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 nein. Wir machen das schon richtig hier. Ähm. Bin ich davon überzeugt, dass es mir gefällt. Wenn es mir gefällt, dann zeige ich euch das. Wenn es mir nicht gefällt, zeige ich euch es nicht. Deswegen machen wir auch erstmal keinen Song-Request oder sowas. Das können wir vielleicht mal in irgendeiner Zukunft, wenn es irgendwie mal, äh, möglich ist für mich, 24 Stunden mal wach zu bleiben. Und nicht immer dabei einschlafen würde. Dann, dann könnten wir vielleicht mal so zwei Stunden oder so Song-Requests machen oder sowas. Oder ihr wünscht euch das und ich guck mal, was ich dann machen kann. Aber, das ist, glaube ich, noch in weiter, weiter Ferne. So. Definitiv. Und also deswegen nochmal schönen, schönen Dank an euch allen. An euch alle. So. Ihr wisst bescheid, ich bin Feit. Epischer Feit. Hier. Stufe 16. Das battlen wir weg. Oh, die Wache kommt noch zu. Oh. Vielleicht sollten wir das immer nutzen. Nein. Das dürfen wir eh nicht. So. Dankeschön, liebe Wache. Machen Sie es gut. Einen schönen Tag noch Ihnen. So, dann haben wir es gleich geschafft. Hier. Da. Da müssen wir hin. Juhu. Juhu. Guten Tag, ihr Hübschen. Ich bin da, um euch zu retten. Um euch zu retten. Ist hier überhaupt jemand, der mir eine Quest geben möchte? Da. Sehr gut. Guten Tag. Was jetzt? Was jetzt? Äh. Minus 1, Rüstung. Junge. Was soll das Shit? Na gut, okay. Gucken wir jetzt mal. Menschen sind von Natur aus erwankelmütige Kreaturen. Die Bauern im Westen bilden keine Ausnahmen. Natürlich, im Moment scheinen sie friedlich ihre Felder zu flügen. Aber vielleicht... Was passiert denn hier? Wichtel, pass mal auf. Jasroth. Lenk mich nicht so ab. Aber vielleicht erheben sie sich schon morgen ihren Sensen gegen uns. Die Allianz lauert in der Nähe in Gelneas und die Macht von Sturmwind im Süden. Beide könnten diese Ackerbauern rekrutieren und sie wie ein Keil zwischen uns treiben. Ich will, dass sie sterben. Sorg dafür, dass das geschieht. Alles klar. Simmer. Todeswache Simmer. Vergeltung. Was haben wir denn hier? Ihr seht wie ein Neuling aus, Hexenmeisterin. Wenn ihr darauf hofft, euch der dunklen Fürsten zu beweisen, dann müsst ihr die Gebräuche der Verlassenen erlernen. Im Westen werdet ihr einen Hof finden. Menschen suchen das Land heim wie Schimmel eine verrottene Leiche. Und um es noch schlimmer zu machen, patrouilliert ganz in der Nähe der scharlachrote Kreuzzug von seinem Turm aus. Er teilt diesen Abschaum eine Lektion und stehlt 100... Er stehlt 10 ihrer kostbaren Kürbisse. Junge, das machen wir. So, Kürbisse stehlen. Kürbisse stehlen. So, hier ist noch irgendwo eine Quest. Ich glaube nach oben müssen wir noch. Junge. Wir haben aber schön zugeballert hier, ne? Drei Quests gleich am Stüssel. Äh, wie viel haben wir denn? 15 Minuten? Ich würde sagen, wir lesen das jetzt noch. Äh, da arbeitet man sein ganzes Leben lang. Und was ist der Dank? Von einer Seuche dahingerafft, deren arbeitet man als Untoter noch viel härter. Und was ist der Dank? Geld. Ja, ein kleines Zuhause mit ein paar Mitläufern. Aber Glück? Nicht wirklich. Ich werde auf meine alten Tage einsam, Hexiron. Ich brauche einen Gefährten. Benutzt diese Leine an einem der Moorlogs an der flüsternden Küste im Nordwesten. Ihr müsst ihn wahrscheinlich erst schwächen. Bevor er sich die Leine anlegen lässt, bringt ihn dann zu mir. Das machen wir. Aber, Leute, das machen wir im nächsten Part. Dann haben wir heute mal einen chilligen Lauf... ...wollte ich schon sagen, äh, Laufweg gehabt, ne? Schön chillig, haben wir ein bisschen was gequatscht und so, ne? Ein bisschen Dank ausgehändigt an euch, ne? So sieht es nämlich aus, ihr Hübschen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part. Und dann klatschen wir hier die Menschen kaputt, ne? Für die Order!